Hat ganz andere Hintergründe. Ich war erst in einem Tag. Das sind unsere Jungs. Wieso vorstelle ich mich? Und unsere Technologen-Sportschule Junghofs sind sechs Leute dabei. Es gibt 25 Leute, die für Deutschland kämpfen. Wir sind 400 Leute waren, haben wir gewertet, mit 31 Nation 25 Gemeinden in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Westfalen. Vor kurzem entwandern, stationiert und ich hoffe, die nächste auch nach Siegburg. Erstmal zeigen wir alle Schwarze Gürtel zur Seite, die Kinder. Erstmal zeigen wir alle Schwarze Gürtel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017